Das Set, was ich euch vorstellen darf, ja das darf sich die Gastgeberin im Mai schenken lassen und zwar unser Frühstückset. Es besteht aus unserem Brot & Co Junior, geeignet natürlich für Toastbrot, aber auch für jede Art von Gebäck. Ihr habt hier einen Abstandhalter und am Boden habt ihr schöne Rillen. Das verhindert einfach, dass das Gebäck komplett unten aufliegt und es feucht wird. Diesen Abstandhalter gebt ihr nach jeder Scheibe Toastbrot einfach hinein. Das verhindert, dass die letzte Scheibe trocken wird. Auf unserem Deckel haben wir unser Kondensgitter. Das darf natürlich alles in den Geschirrspüler, es kommt keine Feuchtigkeit hinein. Dann gibt es dazu unsere Butterdose. Jedes Toastbrot braucht natürlich auch eine Butter. Die Butterdose kannst du zweiseitig benutzen. Einmal mit der tieferen Ablegefläche, das ist für die, die was die Butter lieber streichen. Bist du einer, der was lieber die Butter schneidet, dann nimmst du die aufgesetzte Seite. Ihr habt hier zwei schöne Griffe, das ist einfach perfekt zum Servieren der Butter. Und dann gibt es dazu unser Kondenspro Klein. Hat die Masse 20,5 x 20,5. Hat ebenso ein Kondenskontrollfoliengüter. Die Butterdose darf natürlich auch in den Geschirrspüler und die Feuchtigkeit reguliert sich von selbst. Auch hier haben wir wieder für die Schneider des Käses oder für die Streicher. Natürlich darfst du auch in unseren Kondenspro Mehlspeise transportieren. Ideal für kleines Stück Torten, was vielleicht überbleiben oder für deine Krapfen. Dieses Set darfst du dir schenken lassen. Zögere nicht. Ruf gleich deine Beraterin an und mach dir einen Termin für deine Mai-Party aus. Egal ob über WhatsApp, Facebook, Zoom oder vielleicht sogar schon live. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich und deine Gäste.